Ich hab's geschafft! Boah! Zum Glück hört die Welle hier am hinten auf, ey, sonst wäre ich jetzt gestorben. Moin ihr Zuberser und Zuberserinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ori and the Blind Forest. Und wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben. Oh Gott! Jetzt muss ich hier schnell... Oh Gott! Oh, 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 oh! Gucken, dass ich hier nicht sterbe. Oh, ich werd sterben. Mist. Okay, ich muss dieses Ding damit benutzen, um hier wieder rauszukommen. Nein, er hat die Plattform unter mir gerade zerstört. In dem Moment, wo ich rausgehen wollte. Ah, komm schon. Okay, hier kommen wir jetzt schön entspannt runter. So. Okay, und die nehmen wir jetzt noch mit hier. So. Direkt erstmal hier speichern, dass wir das geschafft haben wieder. Boah, das wird anstrengend, Leute. Aber ich bin ja ein absoluter Jump'n'Run-Fan und deswegen ist das für mich eigentlich genau das Richtige hier alles. Muss man ja ehrlich sagen. Als Jump'n'Run-Liebhaber. So. Weiter geht's. Oh Gott, hier ist so ein richtig dicker Kristall. Der wird hier auch bestimmt nicht ohne Grund sein. Oh. Alles klar. Die Teile darf ich gar nicht berühren. Ei, 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 ei. Erstmal hier jetzt an der Stelle speichern. Ja. So, ich kann mir vorstellen, hier muss ich bestimmt so, ja. Und dann hier rüber gleiten. Gibt's nochmal schön XP. Okay, bis jetzt war es relativ leicht. Oh Gott, okay. Alles klar. Oh Gott. Nein. Ich hab's geschafft. Boah. Zum Glück hört die Welle hier am hinten auf, ey. Sonst wäre ich jetzt gestorben. Was ist hier unten genau? Ach, hier geht's weiter. Oh, aua. Ich bin noch gar nicht fertig. Autsch. Aua. Ach, Mann, ey. Man muss hier jetzt aufpassen, hier sind. Timings sind jetzt gerade ultra wichtig hier. Und jetzt kommt hier bestimmt wieder eine Welle. Aua. Ne, hier hinten kommt keine Welle. Dann kann ich hier erstmal speichern in Ruhe. Oh, ich hab das Ding noch nicht richtig runtergedrückt gehabt. Oh, jetzt sinkt die Lava nochmal komplett. Puh. Ach, ist schon gespeichert. Ich sterbe. Ey, das ist so schwer hier. Ach, Mann, ey. Oh. Und hier gibt's nochmal XP. Ah, oder muss ich? So. Ja. Sehr schön. Gut, das haben wir auch. Dann speichern wir. Du kannst hier keine Seelenverbindung erzeugen. Ach, weil das Schleimfie da ist. Jetzt aber. So. Dann lernen wir jetzt noch eine Fähigkeit. Oh, wir haben fast alle fertig. Ermöglich in der Luft einen dritten Sprung. Was? Dreifach Sprung? Oh, den hätte ich jetzt gerne, ey. Ah, hätte ich lieber die Fähigkeit-Dinger noch gesammelt, alle. Damit mach ich mir bestimmt einiges leichter eigentlich. So. Dann haben wir nochmal so ein XP-Ding. Oh. Kriegen wir nochmal. Aua. Müssen wir jetzt mal schauen. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier oben lang muss. Nee. Nee, da ist überall noch Lava. Oder ganz oben ist die jetzt weg. Nee. Die Lava ist gesunken, aber wo muss ich jetzt lang? Ja gut, die Lava wird da aber noch angezeigt, dass die fließt auf der linken Seite. Ich kann mir vorstellen, jetzt oben links... Oh, oben links ist die komplett weg jetzt. Oder eher gesagt, oben rechts. Ich muss sogar noch ein bisschen weiter höher. Ja. Hier ist sie jetzt weggegangen. So. So. Ich kann mich auf. Hier ist die Laufbahn. Noch ein bisschen mehr. Musik. Ich kann mich auf. Ich kann mich auf das. Ich kann mich auf das. Ich kann mich aufsuchen. Ich kann mich auf das. Boah Komm Ich muss hier ein Ball Kriegen Boah Ich muss hier schon erstmal Energie holen Speichern Boah Haha Ach du Scheiß Ich kann mir schon vorstellen Was meine Aufgabe ist Ich muss alle Viecher hier drüben Clearen Uiuiuiui Autsch Ja Na okay Dafür ist die Höhle Aber jetzt nicht mehr so lang Puh So den haben wir auch geschafft Jetzt können wir in das nächste Teil Okay Oh nein Ich sterbe Ja Hier nochmal speichern Du blöder Slime So Jetzt haben wir hier die nächste Höhle Ich würde mir gerne noch das Leben dort holen So Speichern wir direkt hier vor Gegner Gegner sind echt nervig gerade Was ist das jetzt Wow Ähm Ich Okay die Dinger kann man auch nicht Oder darf man nicht berühren Ich springe mal eben in die Lava Und bringe mich um Ähm Irgendwas muss ich hier machen anscheinend Boah Boah Oh Vielleicht Oh Nein Vielleicht das Ding Nee Okay Aua Hä Okay Okay Ich verstehe noch nicht genau Was ich jetzt hier machen muss In dieser Höhle Ach Moment Die hängen einfach nur so da Oh Gott So Speichern Okay Oh 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 Das speichere ich auch direkt wieder Dass ich das geschafft hab Ich bin froh Dass ich so oft speichern kann Leute Zu Glück Habe ich die ganzen Energiezellen geholt Aua Was ist das Ach Das Feuer Ach Mann Das geht so schnell Aua Aua Und speichern Ist hier oben noch irgendwas Nein Ach Sehr schön Ach Wir haben das nächste Stück geschafft Junge 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 Also ich muss sagen Das hier ist echt Anstrengend Aber Es macht Unglaublich viel Spaß Auch wenn das so schwer ist Ähm Ne Ich speichere erstmal hier Okay Hier haben wir nur ein Kristall Ah Okay Ich weiß wie ich zurückkomme Ich muss mich töten lassen So Ja Das war jetzt dumm Ach man Ich will das Leben Nicht verlieren eigentlich Ah gut Ich kriege ja gleich irgendwo Wir schon leben wieder So So Das Bleibens machen wir auch noch kaputt Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie Gut XP dadurch Ne Dass wir vielleicht vorher noch den Dreifachsprung leeren können Den habe ich natürlich ausgerechnet nicht Vorher geskillt Oder daran gedacht mir den zu holen Oh Gott Und hier wieder speichern Ja So Durch das Speichern Tue ich aber glücklicher Okay Alles klar Alter Ich weiß überhaupt nicht Ich weiß überhaupt nicht Wo ich lang soll Die töten mich jetzt wieder Komm töte mich Ich speichere hier nochmal Oh Okay Hier können wir auch wieder speichern Ah So Kurz testen Ah Ich Idiot Hä Was mache ich denn da So Warum Tue ich den eigentlich rausschießen Wenn ich den da rausrollen muss Ich bin so ein Dummbatz manchmal Oder öfters So Jetzt legen wir hier den Schalter um So Oh Oh Gott Oh Gott So Okay, das haben wir geschafft Ich scheiße jetzt da drauf, Leute Dass da so ein Erfahrungs-Dings ist Ich will einfach nur hier durchkommen Aber da unten das Erfahrungsteil Kann ich mir nochmal schnell holen gleich Und ich hab's geschafft Die komplette Lava geht jetzt, glaube ich, weg, ne? Anscheinend So Oh, geh doch mal rein Was machst du denn da? Warum wartest du so lange? So, ich glaub, die Lava ist jetzt hier weg Ja Oh, jetzt können wir hier erstmal speichern Sehr schön Boah Oh, okay Dann sammeln wir das erstmal ein, das Ding hier Speichern wir nochmal Dass ich wieder voll bin Und dann muss ich jetzt anscheinend links lang Was geschafft? Ja Ich hab's geschafft Dann geht's jetzt hier runter Okay Was muss ich jetzt hier unten machen? Ha Ich hab mir gedacht, dass da wieder irgendwas ist Okay, dann gehen wir jetzt links lang Okay, da brauch ich nicht den Supersprung Ah, und hier geht's weiter Ich glaub, hier geht's in die Endkammer Ja, das scheint die Endkammer zu sein, Freunde Erstmal speichern Oder kann ich gar nicht? Boah Was geht hier ab? Alles klar Drücke X, um sein zu erhöhen Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen, liebe Freunde Das wird dann wahrscheinlich die aller, allerletzte Folge von Ori and the Blind Forest sein Es wird ultra spannend Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Däumchen nach oben da Und netten Kommentar Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Danke fürs Zuschauen Bis dahin Haut da rein Tschüss zusammen Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen